Hallöche Leute und herzlich Willkommen zu Warframe. Mit Vorsicht und mit Glada. Und äh, ja okay, warte. Mit Vorsicht und Glada. Und herzlich Willkommen bei Let's Play Warframe mit Vorsicht und Glada. Idiot. Was Idiot? Guck mal, ich sehe schick aus, ne? Ich habe mich jetzt ein bisschen eingepasst. Ach Gott, die Mission habe ich schon gemacht. Egal. Äh, natürlich. Ich habe jetzt zwei, drei Missionen gemacht in der Zwischenzeit, seit dem letzten Mal so, dass ich ein bisschen jetzt reingekommen bin. Um es vielleicht nicht mehr ganz so katastrophal wird. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen hübscher gemacht. Ja, er hat sich hübscher gemacht in Vorsicht. Und mein Schwert friert. Und sein Schwert friert. Genau. Unser Schwert. Okay, wir müssen die Mission so schnell wie möglich erreichen, ohne auffällig zu bleiben hier. Was? Ohne auffällig zu bleiben? Okay, also voll rein hier. Ohne auffällig. Ohne auffällig zu bleiben. Wieso denn unauffällig? Weißt du das? Unauffällig ist doch scheiße. Wie kommen wir da überhaupt hin? Stimmt, unauffällig ist wirklich kacke. Und da oben, da ist ein Aufzug. Hey, hallo. Wo Aufzug? Ein Aufzug. Da. Elevator Musik wäre jetzt geil. Der da. Der geht aber nicht. Tschüss. Ach, hier ist ein Aufzug. Oh mein Gott. Er fällt den Alarm an. Oh Gott, oh Gott. Ach, ich kriegte mal die falsche Tasche. Juhu. Ja, ja, ja. Entschuldigung, falsche Tasche. Wo, wo bist du eigentlich? Hier. Wo? Achso. Okay. Oh, leck mich doch. Wer sind denn die? Ich seh die Amelgani, die vollpfoschten Wichser. Der war hinter dir. Das war so ein Gebraner. Oh, der scheiß Credit sein. Die müssen in die andere Richtung. Wow, was machst du? Ich hab das zum Explodieren lassen. Du hast dich, du hast es zum Explodieren lassen. Genau, ich hab's zum Explodieren gebracht. Geil. Yo, Alter. Komm jetzt mal mit hier. Ähm, äh. Ach, so. Och man, jetzt hast du den Alarm aktivieren lassen. Aktivieren lassen? Ist doch mir egal. Ey, spring! Hä, wo ist denn der? Ey, spring! Oh. Good shot. Bin jetzt wieder unten. Ähm, du musst den Alarm deaktivieren. Oder der ist schon deaktiviert. Hä? Wo schießt denn der Bobbinator? Der Bobbinator? Ja, der Bobbinator. Dann bist du schon tot. Wo bist du? Du komm doch jetzt mal hier. Ich bin hier. Ach Gott. Jetzt hab ich ein paar Missionen gemacht, jetzt hab ich's voll drauf und du gar nicht, oder was? Natürlich. Bei mir war der Weg noch anders. Anscheinend ändert sich das alles. Okay. Headshot. Ich gab dir einen Headshot. Cool, was bringt mir das? Die Menschen hier fliegen so gerne, guck mal. Ups. Weg ist er. Schau, wo die hängen. Ja, was? Vorsicht, guck mal her, guck mal her. Guck mal her. Schau, wo die hängen. Wo wer hängt, was? Hey, ich seh nichts. Da drüben. Da drüben. Ach, die sind natürlich. Okay. Ach. Guck mal, wie die wegfliegen, Alter. Mit nem Bogen eigentlich. Richtig geil. Schlecht kräftige. Kanal ist hier voll schnell weg. Hä? Der Typ hängt. Wieso? Ja, der hängt. Ja, der rennt jetzt die ganze Zeit nach rechts, ohne dass ich was drückt. What the fuck? Was ist nützlos? Pff, ich guck mal den einen, den hab ich angenagelt. Lol. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Haha, geil. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ja. Wo bist du? Ach, da bist du. Ich bin da. Da bist du. Da, da ist noch ein Aufzug. Komm her. Wir müssen aber hier rein. Echt? Ja. Wo geht's denn? Achso, der Aufzug geht nach unten. Watch yourself. Grineer are on the way. Watch yourself. Grineer. Watch yourself. Grineers. Grineers, kommit. What the fuck? Wie ist denn grad wegschleidert? Ich bin grad neben dem Stand, wo du den abgeknallt hast. Ja, wie gesagt. So geil. Ups. Du kannst ihn ja an die Wand nageln. Ich kann's ja an die Wand nageln, wenn ich meinen Bogen voll ausspann. Ich seh's nicht. Ausspann. Ups. Guck, guck. Guck den mal an. Bam. Weg ist er. Schau mal, wo er hängt. Richtig geil, oder? Richtig geil. Richtig geil. Da hat er ich voll an der Wand, ey. Geil. Geil. Ich feier das. Der ist richtig geil, dass du irgendein Mod, der das einbaut. Dass der mir Bunz hat, oder? Nein, der ist normal so, der Bogen. Das ist richtig geil. Was muss man eigentlich hier machen? Ah, ich muss hier mal irgendwas machen. Schmiedesegmente aufheben. Mein Schiff ist fast fertig. Deaktivieren wir das Sicherheitssystem. Ja, machen wir. Warframe heißt doch Kriegsbild übersetzt, oder? Äh, jein. Ich glaub, das Frame ist hier in einem anderen Zusammenhang gedacht. Hm. Das kann ja auch ein Knote sein, in einem Netzwerk oder so. Spam. Spam. Ich will deinen Kriegsknoten haben. Ah. Ach Gott, meine Munition ist schon komplett leer. Kompletto. Ja. Ich will nicht, weil ich jedem Hedgehot gebe. Du, du, du läufst einfach durch, aber siehst jeden Schwein hier. Jede Schwein hier. Wie soll ich schnetzen hier alles ab? Ja, aber du übersiehst wohl viele. Ja und? Du würdest ja auch noch was schnetzen, oder nicht? Wird ich dir alles wegnehmen? Woh? Woh? Und tschak. Vorher war ich dir zu langsam, jetzt bin ich dir zu schnell. Dir kann man's doch nicht recht machen. Wie eine Frau. Genau, wie eine Frau. Vorsicht, ich hatte die... Ach du Scheiße. Ach du Kacke, was war das denn? Wie, bist du da rübergekommen? Ja, ich bin geflogen. Hey, guck mal, guck mal. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, nein. Scheiße. Fuck. Oh mein Gott. Boah, ich komm nicht rüber, ich bin tot. Achso, achso, mit Sprinten, mit Sprinten. Was? Oh, komisch. Komische Scheiße. Nein, 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 spring, spring, häng dich dahin, jetzt bin ich tot. What? What? Hä? What? What? Was, what? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Geil, irgendwo, wo man glaub nicht hin sollte oder so. Ach, Mann. What? Ach, Vorsicht, 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 Vorsicht. Was? Vorhin konnte ich übel hochjumpen und jetzt nicht mehr. Er klebt bei dir am linken Bein auch so ein Teil? Nein. Das ist bei mir weg. Deswegen habe ich ja die Mission gemacht. Dass der Kack mal wegkommt. Bei mir ist er immer noch da, aus dem Grund. Bei mir war er schon längstig. Er ist immer noch am rechten Bein bei mir, oder? Hä, wieso, 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 zölle? Hä? Fuck. Ich komm hier jetzt wieder zurück. Ah, hier. Ah. Nice. Wann warst du Schwächlinge? Sack der und staub. Bin ich gestorben? Noch nicht. Ah, ich schieß gerade auf dich. Was soll ich nicht scheiße? Ja, du sagst aus, als ob man dich umbringen müsste. Ach, was? Doch. Weil ich auch rausch bin. So hässlich. Nur weil ich auch rausch bin? Nein, nur weil du hässlich bist. Ach, fick dich doch. Hier. Ich habe dir extra eine Flamme geschenkt. Du, mir. Ja, ich habe dir eine Flamme... Ach so. Ach. Könnten wir mal die Alarmanlage mal wieder deaktivieren, weil er vorsicht, dass es ja immer auslöst. Ja, ich knall die, ich ficke halt ab. Hä? Ja, knall. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich weiß nicht. I do not understand the fucking shit hier. So, jetzt bin ich da. Jetzt soll ich irgendwie da rüber, da komme ich aber nicht hin. Da muss ich hoch. Irgendwo hoch. Ich komme hier hoch. Ah, hier. Treppe. Da ist er ja. Was soll ich denn das sein? Infusionskern scheiße. Ach nee, ein Möd. Ein Möd. Ah, Florian. Oh. Oh, fuck. Verteilt. Scheiße, jetzt habe ich mich schon wieder gesehen. Besser. Auf der Erde vereint. Dann kommt der Tilt. Ein Hell von dieser Welt. Ein Krieger, der den Dämonen schöne Grüße bestellt. Ja, wir haben eine Grineer gekillt. Okay. Cool. Vorsicht, kommst du? Ja, hä? Wie komme ich da hinten weg? Ah, hier. Jetzt habe ich. Habe ich einen Weg gefunden. Nicht schlafen. Nicht schlafen. Wissst du noch was? Nö. Da hat dich alles schon genommen, der Sack. Gibt's ja? Oh. Was ist das? Secret? Oh, ich stecke alle blöd. Oh, ist dein Secret. Ah, das ist schon das Ende. Ah, okay. Jetzt auf. Oh, nein. Achso. Bist du umwendet. Weißt du? Du hast 67% vom Schaden zurückgeführt. Oh, Ficker. Hier ist mir nichts übrig. Ich bin mir erledigt in der Schaden. 49%. Instanzgeschütte für Gegner. 60%. Kopfschuss, Scales, 23%. Du nur zwei. Du nur zwei. Vorsicht. In dem Fall laufe ich einfach gar nicht mehr mit inzwischen. Ja, ja, ja. Du lässt mir alles über... Du überlässt mir alles. Du bist einfach zu langsam. Vorsicht. Ja, fuck you. Du bist einfach nur zu langsam. Fuck you. Machen wir gleich weiter, oder? Ja, komm. Gleich. Noch eine Runde. Ich habe zwar irgendwas Neues gekriegt, aber scheiß drauf. Scheiß drauf. Noch eine Runde. So, starten wir. Ach, ich muss euch das Segment einbauen in meinem Scheißschiff. So, hier. Hier zeige ich das Schmiedesegment. Du musst das Segment einbauen in deinem Scheißschiff. Ja. Moment, ich will mir auch nachschauen. Ausstattung. Ausstattung. Ob ich was Neues habe. Verbesserungen. Hm, da kamen wir. Schnelle Hände. Und Trommelmagazin. Blablabla. Auf geht's. Ähm, ja, Moment. Ich... Kurz hier... Verbessern. 15% Magenlustgeschwindigkeit. Plus 15% mehr Kälteschaden. Oh, geht leider nicht. Wieso nicht? Wieso nicht? Hm? Wieso nicht? Egal. Ist geil. Alles klar. Kann ich jetzt mal hier... Ja, kannst du. Mach. Ey, ich kann nicht, weil der hier rumlabert und Scheiße macht. Boah. Ich hab zum Glück alles hinter mich. Aufs Kriegen gemacht. Scheiß auf deine Mutter, Junge. Du bist mir auch wurscht, was die frisst. Ja, genau. Entschuldige dich mal. Können wir jetzt endlich mal endlich Sternenkarte. Hier. Überfalle des Korpus Rohstoffversteck. Das machen wir jetzt. Zack. Auf geht's. Alles klar. Annehmen. Und ab geht's. Auf in die Fresse. Ja. Was? Auf in die Fresse? Komm, wir rammen uns. Geht das? Komm mal rüber. Ja, geht nicht. Kann ich rüber. Hui. Ey, im Gardebildschirm, da ruft es auch. War schon immer so. Ey, wieso zeigt er mir dich? Kommst du das nach später? Wahrscheinlich, weil ich ja Gruppendieder bin. Die Gruppenbitch? Ja, ich bin die Gruppenbitch. Kann die Frau mal die Fresse halten? Nein, das ist eine Frau. Musstest du doch wissen. Das stimmt ja. Mindless Atomodon. What the fuck? Das sind doch keine Roboter. Die sind auseinandergeschnitzelte Viecher. Du musst die Dinger da killen. Äh, kaputt machen. Und? Diese Teile auch da. Die heilen nämlich diese Gegner. Warum ist es so grün? Ich will, ich will. Boah, das Licht. Was? Das ist ja wieder. Ah, ich gehöre mal die Fresse. Aufmachen, Credits, aufmachen, Credits, aufmachen, Credits, aufmachen, Credits. Oh, wie geht das? Da war alles aufgemacht. Hast du es? Oh. Kann nix. Von der Alarm. Aber das habe ich hingekriegt. Oh, Credits. Credits. Ja, so geht es auch. Und nicht zu vergessen, noch mehr Credits. Oder eine Detonit-Ampulle. Ah, cool. Ich habe gerade was über Steuerung gelernt. Was denn? Jetzt kann man über die mittlere Maustasche die Fälligkeiten aufstarten. Oh, weiß ich gar nicht. Und über das Maustrad kann ich die Fälligkeit auswählen. Da muss ich mich nicht immer so mit der Hand verkrümmeln. What? What? Oh, kommt der nicht hoch. Hab ich Credits übersehen? Hab ich Credits übersehen? Oh mein Gott, scheiß fucking Credits. Credits, Credits. Die brauchen Credits. Ah, Credits. Oh, noch mehr Credits. Ah, lecker mich doch. Oh, meinen Gott, scheiß. Oh, das ist gut. Ä'er Els nochmal. Oh,илиk. Arschloch. Ich? Oh, perfekt. Oh, wir müssen jump'n'run. Oh, geil, jump'n'run. What? Jump'n'run? Oh, ich hätte auch einfach den Aufzug rufen können. Egal. Ja, ich nehm' den zum Beispiel. Ne, ich bin nur da drüber geschabbt. Guck, durch diese Container ne. Du krasses Tier, du. Gut geil, alter. Ich ist geil. Mehr Action. Bei Vorsicht ist alles langweilig. Ja, absolut. Musst ja immer den einfachsten Weg nehmen, die Pussy. Ah, ist das in der Kredit? Nein. Beide, komm jetzt. Ach ja. Stirbt. Was? Das Maschinengewehr, ich hab... Du, 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 du... Bleh. Was jetzt? Weiter geht's! Ähm, das ist nur was, ne? Ey, du musst die Kacke zerstören. Ich muss nicht zerstören. Ich zerstör die Kacke! Vorsicht, hier ist die Kacke da. Ja, ich zerstör die Kacke. Ich zerstör die Kacke. Komm, wir müssen jetzt weg. Uh! Mach hinne! Bin doch da! Boah, boah, was? Oh, scheiße! Oh, scheiße! Ich war fast... Oh mein Gott! Ist noch mehr! Fickt euch doch! Oh, scheiße! Ups, tot! Oh, scheiße! Kannst du mir helfen? Hier ist grad die Kacke. Komm zu mir! Ich muss wiederbleiben. Komm zu mir! Ja, hilf mir! Danke! Bitte! Ey, die kann ich ja kaputt machen. Oh, scheiße! Okay, nice. Alles easy! Kacke! Komm, komm, vorsichtig! Auf geht's, nach Hause! Nach Hause! Nach Hause! Das sieht nicht nach Hause aus. Für mich schon. Pirien. Man sieht immer noch dein komisches Ding an, deinem Fuß. Ich weiß. Vielleicht, weil ich der Gruppenleader bin. Nö, weil du die Mission noch nicht gemacht hast. Ich glaube, missionstechnisch bin ich jetzt nachher weiter wie du. Was? Nö. Also, ich hab das Teil schon weggemacht. Hey, du scheiß Ding! Warum macht er das jetzt nicht mehr? Ich versteh es nicht. Hä? Ach, zu wenig Energie jetzt. Ich bin einfach nicht für Shooter geboren. Ach, mir trotz der Spaß der Shit! Ich bin einfach nicht für dich. Credits! 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 Mein Name ist Kevin! Mein Name ist Kevin, Alter! Geil! Ja, bam, Alter! Jetzt sind hier nochmal Credits! Jetzt bin ich mit der Crabs! Ich bin ein Wollabee-Bitch! Ich bin voll reingedran, Shit, Shit, Shit! Ich bin hier grad wohl vor mir weggescht! So geil! Ey, der Bogen hat dazu Spaßfaktor, ist bei dem Bogen schon hoch? Ja, schon! Spaßfaktor, Spaßfaktor over 9000 und so. Also an alle da draußen, falls ihr auch vorhabt, es anzufangen, dann nehmt auf jeden Fall den Bogen. Wenn ihr den Bogen raus habt, dann macht es richtig Spaß! Kannst du grad in der Luft damit schießen! Bam! Toll, toll! Erstmal hier alle Feste kaputt machen für Credits! 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 Du Arsch! Credits! 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 Wir sind auf die andere Seite. Credits! Extrexen! Sind dann nochmal Credits eigentlich? Oh Credits! Oder? Sind's Credits? Nein, sie sind kaputte Credits. Kisse! Alter! Hier vielleicht ein... Schauen wir wo ich bin! Ja, ich weiß, aber die Zeit läuft uns davon. Na ja, noch 38 Sekunden. Oh mein Gott! Oh! Jetzt verreckt er auch noch! Okay, nice! Feindradar plus 3! Sehr geil! Lustig war's mal wieder! Auf Wiedersehen und tschau! Bleib fröhlich! Bleib fröhlich! Bleib fröhlich! Voll richtig und heeeeee! Ja...